Das war's. Mit dem Herzen. Wer möchte, kann auch hier hochklaun. Da kann ich aber gut drauf verzichten. Ja, es war ein gutes Stück Arbeit hier hochzukommen. Man kann auch ein bisschen die Felsen hochklissern, aber dazu habe ich echt keinen Bock, weil ich habe ja auch nicht die richtigen Schuhe dafür an. Puh, aber im Prinzip war es wert, hier hochzugehen. Man hat vor allem eine fantastische Fernsehsicht. So, der Weg hier hoch zu der Monasterie, den macht man eigentlich nur wegen der tollen Aussicht. Ja, man geht stramm hier durch einen echten Fichtenwald. Von oben hat man teilweise sogar den Eindruck, als wenn man im Schwarzwald wäre. Schon erstaunlich. Ja. Especially in the water. Haha. I don't go like that. I don't go like that. I don't go like that. Well, it's a lot of reason. If my circumstances were different, when they get back, they feel a bit liable. I guess that's a small price to pay if you've been travelling for so long. I suppose, I wouldn't have enough. So, like, if I wanted to go travelling for so long, I would have to work with others. So, like, then I'd have to, like, yeah. And I think, like, because I have a job opportunity to go, it would be a bit silly. And, like, I mean, it's not cool. So, um, so, yeah. Or if you don't like it, you will, you will probably get, like, a role. Pretty much guaranteed. Yeah, it's pretty much guaranteed. Like, most of the heat. But, if it's not a thing, then I'll just go on to the airport. Yeah, I'll just go on to the airport. Yeah, I'll just go on to the airport. Yeah, I'll just go on to the airport. Oh, that's nice. Oh, that's nice. That's nice. The airport was out there. Just can't go on to the airport. It's my house. Yeah, it's a nice, 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 nice place. I'm gonna get a good trip. Yeah, it's a nice, nice, nice place. Das war's für heute. sehr sensationell. Gradual. Das war die Oster. Das war die Oster. Ich werde noch ein oder zwei Monate zurückgehen. Ich werde alles wiederholen. Wir haben genug Flasen.